Hallo, mein Name ist Christina Sprenger. Ich bin Schauspielerin und Intendantin der Festspiele Berndorf. Wie viel Raum geben Sie in Ihrem Unternehmen der Kunst und Kultur? Schaffen Sie für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder spannende Möglichkeiten der kulturellen Begegnung? Dann sind Sie mein Favorit beim brandneuen Ethos Award 2024 in der Kategorie Kunst und Kultur. Also, bewerben Sie sich jetzt.